Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Der jugoslawische Präsident Milošević führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Dieser Film zeigt, wie schon vom ersten Tag des Kosovo-Krieges an die Bevölkerung getäuscht wurde. Dieser Film zeigt auch, wie Tatsachen verfälscht und Fakten erfunden, wie manipuliert und auch gelogen wurde. Dieser Film zeigt, weshalb Bomben auf Belgrad fielen. Die NATO behauptet, sie habe die Bomben geworfen, um das Leben der Kosovo-Erwane zu schützen, vor den Serben. Doch als die ersten Bomben einschlugen, waren diese Bilder zu sehen. Serben, die voller Angst in ihre Keller und in die wenigen Bunker der Stadt flohen. Originalton im serbischen Radio. Eine große Gruppe feindlicher Flugzeuge nähert sich Belgrad. Wir bitten alle Bürger, ihre Lichter auszumachen. Nachdem sie die Räume verdunkelt haben, appellieren wir an sie, den Strom abzuschalten. Achtung, eine große Gruppe feindlicher Flugzeuge in Richtung Belgrad. Bürger bleibt in euren Schutzräumen und wartet auf die Empfehlungen aus dem Informationszentrum. Ende der Durchsage. Man sah serbische Kinder voller Furcht, ihr Leben könne enden, noch bevor es richtig begonnen hatte. Bilder des jugoslawischen Fernsehens zwar, aber sie waren zu echt, um als serbische Propaganda durchzugehen. Angst vor Krieg ist unteilbar, wie die Menschenrechte, um deren Willen ihr geführt wurde. Entscheidend aber ist das Bild, das der Krieg bietet. Welche Macht den Bildern zukommt, wusste der oberste NATO-Sprecher damals sofort. Das Wichtigste ist, dass der Feind nicht das Monopol auf die Bilder haben darf. Denn das rückt die Taktik der NATO in das Licht der Öffentlichkeit und nicht die bewusste Brutalität von Milošević. Etwa, ob wir eine perfekte Organisation sind oder ob wir einen perfekten Luftkrieg führen und so weiter. Viele Journalisten sagten, Milošević hat die Bilder und Jamie Shea hat nur Worte. Wem sollen wir glauben, den Bildern oder den Worten? Beim nächsten Mal, wenn die ARD, CNN oder die BBC ein Bild von einem zerschossenen Flüchtlingstreck zeigen, dann will ich sagen können, ja das stimmt. Ich entschuldige mich, ich kann das erklären. Aber sehen Sie hier, ein Massengrab. Leute, die absichtlich umgebracht und in dieses Grab geworfen wurden. Auf welcher Seite stehen sie also? Aber Bilder von Massengräbern zum Beispiel standen der NATO nicht zur Verfügung. Nur diese von fliehenden Kosovo-Albanern. Ihre Gesichter zeigen, wie die der Serben im Bunker. Angst, Schmerz, Todesfurcht. Doch was sagen diese Bilder? Helfen sie der NATO? Sind sie nicht wie ein Appell an die Streitmacht, rettet uns? Ist das Leid der Menschen nicht Verpflichtung und Chance zum militärischen Eingriff? Menschenrechte für die Kosovo-Albaner. Motiv oder Vorwand? Verteidigungsminister Rudolf Scharping erklärte 1999, weshalb er deutsche Soldaten in den Kosovo-Krieg geschickt hat. Wir wären ja auch niemals zu militärischen Maßnahmen geschritten, wenn es nicht diese humanitäre Katastrophe im Kosovo gäbe, mit 250.000 Flüchtlingen innerhalb des Kosovo, weit über 400.000 Flüchtlingen insgesamt, und einer zurzeit nicht zählbaren Zahl von Toten. Nicht zählbare Tote schon vor Beginn der NATO-Bombardierung? Die OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, müsste davon doch gewusst haben, denn ihre Beobachter hatten penibel die Vorkommnisse im Kosovo gemeldet. Ihr Fazit für den März 1999, 39 Tote im gesamten Kosovo, bevor die NATO-Bomber kamen. Drohte also eine humanitäre Katastrophe? Der damals leitende deutsche General bei der OSZE und einer amerikanischen Diplomatin, die damals im Kosovo war, erinnern sich. Die Legitimationsgrundlage für die deutsche Beteiligung war die sogenannte humanitäre Katastrophe. Eine solche humanitäre Katastrophe als völkerrechtliche Kategorie, die ein Kriegseintritt rechtfertigte, lag vor Kriegsbeginn im Kosovo nicht vor. Bis zum Beginn der NATO-Luftangriffe gab es keine humanitäre Krise. Sicher, es gab humanitäre Probleme und es gab viele Vertriebene durch den Bürgerkrieg. Aber das spielte sich so ab. Die Leute verließen ihre Dörfer, wenn die Serben eine Aktion gegen die UCK durchführten und kamen danach wieder zurück. Tatsache ist, jeder wusste, dass es erst zu einer humanitären Krise kommen würde, wenn die NATO bombardiert. Das wurde diskutiert. In der NATO, der OSZE bei uns vor Ort und in der Bevölkerung. Ein eindeutiges Urteil. Gewalt im Kosovo. In keinem einzigen Bericht der OSZE findet sich auch nur ein Indiz für eine drohende humanitäre Katastrophe. Was die internationalen Fachleute beobachteten, waren Situationen wie diese. Rebellen der sogenannten Kosovo-Befreiungsarmee UCK kämpften gegen reguläre jugoslawische Truppen. Ein Bürgerkrieg, so die OSZE. Vor diesen Kämpfen flohen die Dorfbewohner. Später kehrten sie dann meist zu ihren oft völlig zerstörten Häusern zurück. Die NATO in Brüssel kannte die Berichte der OSZE. Sie deckten sich mit ihren eigenen Beobachtungen, blieben aber intern. Diese Erkenntnisse wurden damals nicht auf einer der vielen NATO-Pressekonferenzen veröffentlicht. Mehr noch. Auf der letzten Tagung des NATO-Rates Vorkriegsbeginn am 14. März 1999 wurde berichtet, die Gewalt gehe eher von terroristischen Aktionen der UCK aus. Die Serben übten dann allerdings mit unverhältnismäßiger Härte Vergeltung. Dennoch drohte die Lage im Kosovo zu der Zeit nicht außer Kontrolle zu geraten. Die NATO-Führung bereitete sich trotzdem längst auf einen Angriff gegen Jugoslawien vor. Zur gleichen Zeit im deutschen Verteidigungsministerium. Auch dort war keine Rede von einer drohenden humanitären Katastrophe. In den Unterlagen des Bundesministers für Verteidigung zur Lage im Kosovo stand nämlich etwas ganz anderes als Rudolf Scharping in der Öffentlichkeit verkündet hatte. Zitat aus den geheimen Lageberichten des Verteidigungsministeriums. In den vergangenen Tagen kam es zu keinen größeren bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen serbisch-jugoslawischen Kräften und der UCK. Die serbischen Sicherheitskräfte beschränkten ihre Aktionen in jüngster Zeit auf Routine-Einsätze wie Kontrollen, Streifentätigkeit, Suche nach Waffenlagern und Überwachung wichtiger Verbindungsstraßen. Dennoch, hinter dieser Tür dem mehrfach gesicherten Eingang zur Militärung